Herzlich Willkommen bei der ersten Drive-In-Sponsion in Österreich. Die FA Campus 02 wird heute etwa 200 Absolventinnen und Absolventen hier an einem wunderschönen Sonnentag ihre Diplome, ihre Urkunden überreichen. Herzliche Gratulation. Ich finde es generell super, dass es in solchen Zeiten überhaupt eine Sponsion gibt und dass ich jetzt heute die Möglichkeit habe, da zu sein und mit einer guten Freundin heute diesen super Tag zu erleben und Bachelor of Arts in Business zu werden. Wir haben dieses Format der Drive-In-Sponsion gewählt, weil es erstens etwas völlig Außergewöhnliches ist und zweitens die einzige Möglichkeit, wie wir unter derzeitigen Corona-Bedingungen die Absolventinnen und Absolventen samt Angehörigen an einer Sponsion teilhaben lassen können. Aufmerksamkeit! Bis zum nächsten Mal.